In meiner Familie sind seit Generationen alle arbeitslos. Ich bin entlassen! Ich bin arbeitslos! Pommes fritt! Pommes fritt! Pommes fritt! Pommes fritt! Pommes fritt! Pommes fritt! Noch mal alle Gewinnzahlen der heutigen Zielung. Dieser Abend sollte unser ganzes Leben verändern. Komm, ich hänge dich den Ketchup? Aber Mama! Wir sind Familie Tusch. Wir haben das Große losgezogen. Und Monaco auch. Hier finden wir ganz bestimmt unser Glück. Heiliger Strohsack. Ich habe Ihnen doch gesagt, wir haben Hochsaison. Was bin ich für ein Idiot. Die Suite Alain Delon. Warten Sie, ich kenne keinen Alain Delon. Ich möchte ihn doch nicht gern stöhnen. Ich habe euch etwas zu sagen. Dass du im Lotto gewonnen hast? Nein! Bewegt euch natürlich, damit wir hier nicht so auffallen. Sie brauchen einen Bürgen, um Clubmitglied zu werden. Ja, na klar. Ich habe natürlich einen Jean-Yves aus Bordeaux. Ich würde ihn nur ungern belästigen, weil er sich getrennt hat von Solange. Aber er hat auch an allen Nachbarinnen rumgeschnüffelt, dass Solange die Haare zu bergen stammt. Nein, tut mir wirklich leid. Ich werde sie nicht reinlassen. Solange ich lebe ihn. Das bedeutet, wir müssen uns integrieren. Unsere neue Heimat annehmen. In Bousol konnte ich meine Füße nicht sehen, aber hier kann man draus zeigen. Was ist denn diese Geranie bei Mona? Du findest Paris Hilton cool? Sie lebt ihren Traum, genau wie ich. Trotzdem müssen wir uns anstrengen, damit wir schnell echte Manni, Moni... Mone Gassen! Ein wunderschöner großer Garten. Die Inneneinrichtung ist komplett von Garcia. Sergeant Garcia? Nein. Würde ja keinen Sinn machen, oder? Ja, hat ja mit Zorro zu tun. Ich habe keine Handseife gefunden, deshalb musste ich das Chanel da nehmen. Aber unter uns, Hauptsache der Fußgeruch ist weg. Und welcher Jeffy ist eurer Meinung nach der beste Trainer? Pomade und Föhnflusur könnt ihr bei mir vergessen, oder? Seid ihr etwa alles kleine Schwuchteln? Wenn das so weitergeht, ist das hier in einer Woche ein Campingplatz.